Ganz kurz, wir haben noch nicht erzählt, was Astralreise sind. Du gehst aus deinem Körper raus und bewegst dich. Du gehst aus deinem Körper raus, während du schläfst oder während der Meditation. Also die Buddhisten machen das während der Meditation, das ist auch ganz bekannt, aber man denkt natürlich in erster Linie, ja, ist deren Religion, die glauben an sowas und blablabla. Aber die sagen ganz offen, während wir meditieren, gehen wir aus unserem Körper raus. Also die gehen raus aus dem Körper, das heißt, der Körper ist ausgeschaltet, der ist auf Standby. Hast du Avengers geguckt? Ja klar, wie bei Doctor Strange, genau. Ja, wie bei Doctor Strange. Der basiert ja darauf, der Film. Ja, Mann. Darf ich dich auch fragen, Migo? Ja, bitte, Bruder. Darf ich dich was fragen, Migo? Stimmt es, dass jemand mit seinem, also das beherrscht hat, Astralreisen, und wollte dann ins weiße Haus gehen und da stand anscheinend Security für Astralreisende? Das war ebenfalls derjenige. Das Witzige ist, ich habe letztens erst einen Stream darüber gemacht und da hat mir das noch eine Person erzählt, die aber gar nichts von dem wusste. Die meinte da, und ich habe das noch in einer Doku auch nochmal gesehen, wo auch erzählt wird, am weißen Haus stehen von diesen, also warte, wir fangen, warte, wir machen mal langsam, sonst ist das so ein bisschen verschwommen.